Die Fachkliniken Hohen Urach glänzen durch ihren guten Service am Patienten. Das hat eine Überprüfung durch die Exconcertification Service GmbH jetzt bestätigt und die Kliniken für physikalische Medizin und medizinische Rehabilitation mit fünf Sternen ausgezeichnet. Neben einem Audit und einer offenen Prüfung mussten sich die Mitarbeiter auch einer verdeckten Prüfung unterziehen. Dabei erhielten die Kliniken in 14 von 18 Bewertungskategorien die volle Punktzahl. Bis Mitte 2020 darf sich der Betrieb jetzt mit dem Siegel schmücken.